Moladara, Wurzelchakra, Rupertus-Therme, strahlender Hochsommertag im hochmodernen Kurzentrum von Bad Reichenhall, das aufgrund seiner optimal ökologisch an den Klimawandel angepassten Architektur kaum etwas von der Hitze dort draußen durch die Panoramascheiben lässt, welche den in der Regel mehr als solventen Kurgästen aus aller Welt Freisicht auf ein prachtvolles Alpenpanorama schenken. Keines Blickes gewürdigt von einem ehemaligen Bundeswehrsoldaten, der über ein vollgekritzeltes Zettelchen gebeugt an einem Gedicht schnitzt. Die Tür zum Behandlungszimmer öffnet sich. Festen Schrittes nähert sich ein staatlich geprüfter Masseur und medizinischer Bademeister, schaut ihm über die Schulter und verschränkt die kräftigen Unterarme. Sanns ein ganzer fescher Dichter, der Herr. Positiv. Und? Massagegutschein. Passt schon. Regidius, meiner Namen, kommst, nein? Nettbösern, aber alles ausziehen. Auch die Unterhusen. Legst sie da nieder auf die Bank, kriegst zuerst mal in allerweltesten Chakra gezwiebelt, hübschen Aufi zum Ganital, zur Krönung der tausendblättrige Lotus, mit Ayurveda-Massageöl, mit echt bayerischem Enzian. Ja, da wird das dann entspannen, wenn's recht ist. Negativ. Der Physiotherapeut verteilt die Flüssigkeit weit und knetet wie ein Pizzabäcker. Aus dem Radio auf dem Beistelltischchen ertönt Blasmusik. Hin und wieder jodelt es. Ja, Mai, sonst des harte Arschbacken. Sachs, Max, kommst zu uns in schöne Bayernland, den ganzen langen Weg aus Dunkeldeutschland und zierst dich so, geboren 1990 in Ostindien. Ah, da schau hier, ein Ostinder aus dem Osten, quasi ein Ost-Ost-Inder. Und dann auch weiß wie Käse. Deutsche Eltern ist kompliziert. Ah, mir wurscht, wann's endlich lockerlassen wirst. Schreib's Gedichte für der Gespusi, wo dir die Alpenglühne auf die Aufendeckel. Bergbahngutschein. Aha, noch wie zum Predigtstuhl, hoch über die Wolke. Ja, das wird sie freuen. Die älteste Drahtseilbahn, wo gibt's auf der Welt, generalüberholt. Auf die bayerische Individuerskunst ist Verlass. Laptop und Lederhosen, mehr sind's mehr. Und wenn's jetzt aus dem Fenster schaust, burp, nicht doch liegen bleiben und steißen spannen. Wenn's schauen könnt, wo ich gar hinschaue. Ja, Himmelgott, normaler, meine Arsch und Wolken, guck, grunzi Türken. Ägidus hält innen und starrt hinaus. Die Ölflasche entgleitet ihm. Echt, königlich bayerisches Enzir, ein Ayurveda-Heilelexier, er gehst sich über Arschbacken, Massagewang und Fliesen. Er bekreuzigt sich, murmelt ein Ave Maria, haut die Pranke aufs Radio, jodelnde Blasmusik, er stirbt. Sein Patient reckt sich hoch, folgt dem Blick aufs malerische Alpenpanorama, auf die Predigtstuhl-Seilbahn in halber Strecke bis zum Gipfelplateau, kneift die Augen zusammen. Schwer zu erkennen auf dieser Entfernung, ob die Kabine schaukelt, Fensterscheiben zersplittern, die Tür schief in den Angeln hängt, Seibernpassagiere wie Spielzeugsoldaten hinausfallen, wohl eher unfreiwillig, da irgendjemand dort in der Gondel zu wüten scheint. Friendly Fire, brüllt Max, schlingt sich ein Handtuch um die Nackenhüften, rutscht auf dem öligen Boden aus, stößt dort im Gang mit einer Krankenschwester zusammen, die auf ihrem Handwagen Schlamm und Moorpackungen buxiert. Mit sanften Glucksen verteilt sich der kackbraune Brei an den Wänden des Kulturzentrums. Max sprintet zum Ausgang, trampelt querbeet über die Blumenwiese des Kurbats, vorbei an kopfschüttelnden Herrschaften auf Verdauungsspaziergang. Und er läuft, der daumische Ostindern fast makert, meint Physiotherapeut Egidius und hilft Schwester Marte beim Aufwischen der Schweinerei. Asphaltierter Radweg, den Fluss entlang, spitze Steinchen, Piken in die Fußsohlen, Wadenkrampf, rasselte Lunge, Verschnaufpause. Tinnitus Pfeifen im Kopf, stetig anschwellend. Max wehnt sich kurz vor dem Hörsturz, bis er begreift, dass das Geräusch vom eiskalten Gletscherwasser kommt, einem reißenden Strom, der sich an einem Wehr bricht und in der Sommerhitze feine Dunschschleier bildet, rüberhecheln über den Fluss und weiter. Rechte Hand, das ist der Areal der Hohen Staufenkaserne, Stützpunkt der Gebirgsjäger Brigade 23. Stallgeruch fehlt rüber. Das sind die Maulesel. Kennt er von der Ausbildung für den KSK-Einsatz in Afghanistan. Die beste Vorbereitung hatte er jedoch in Bremen. Als ihm Vollhorst, sein Stiefvater, eine Playstation ins Kinderzimmer stellte, mit Call of Duty samt dicken Monitor, beilte mit dem Joystick irgendwelche Feinde ab, von morgens bis abends. War im Grunde nicht sein Ding. Doch der und Stiefmutter Edda wollten ihn unbedingt entsorgen. Ab zum Bund. Hat ja auch geklappt. War ne coole Truppe, die KSK. Kampfeinsatz am Hindukusch. Im Hubschrauber mit den Kameraden. Ego-Shooter live auf dem Schlachtfeld. Neben dem Bordmaschinen gewährende Subwoofer-Box, aus der Boom, Boom, Boom von den Kiez-Hiphabern dröhnt. Drückst auf den Auslöser, wenn du die kleinen weißen Mäuse auf dem Nachtsichtmonitor im Fadenkreuz hast. Bisschen scheiße halt, wenn du selbst so ne Maus bist, weil du mit deinen Männern dort unten was klären musst. Sie absichern gegen was auch immer. Einen Moment nicht aufpasst. Irgendwas läuft schief. Friendly Fire. Irgendein Schütze-Arsch sitzt oben im Helikopter und bayert auf die eigenen Leute. Kann passieren, wenn alle ein bisschen zugedröhnt sind. Ständig was geraucht. Grüne Afghane. Kriegst den Kabul auf den Markt für ein Appel und ein Ei, kriegt man nicht aus dem Kopf das. Pfeift in den Ohren, kriegst diese Panik. Von links trodeln Kleinwagen herbei, vom Kreisverkehr an den Bad Reichenhaller Salzwerken in leichte Verwirrung geraten. Sie nähern sich in Schritttempo. Die vierspurige Straße ist verkehrsberuhigt. Fußgängerampel auf Rot. Kann nicht bei Rot marschieren, weil drüben Polizei steht. Was soll er hier? In der Oberlausitz sind Brotlaibe zu kneten, Uromis Haus zu renovieren, das Kinderzimmer ist einzurichten für den Nachwuchs und der LO 2500 von VEB Roboerwerke Zittau. Ihr Backverkaufswagen braucht einen neuen Motor. Er hat nichts verloren in Westdeutschland, wo er aufgewachsen ist. War nervig genug. Rotheiß marschieren, sagte Efi immer. Heute Morgen meinte sie, muss dich entspannen, Mächschen. Lass dir mal den Tindikus im Kopf wegmassieren werden, der Vater. Ich nehme die Freifahrt zum Predigtstuhl. Da saßen sie nun auf der Bank mit dem Blick ins Tal, gerade angekommen, über Nacht von Gölz nach Dresden, dann Leipzig, Nürnberg und München. Freifahrtscheine, freie Unterkunft und Verpflegung plus Tourismusgutscheine bei dieser merkwürdigen Fortbildung, die Efi irgendwo aufgetan hat. Keine Ahnung wo und was. Nachdem alle Brote und Brötchen fertig gebacken waren, hat er sich hingelegt und sie übernahmen die Frühschicht. Dieser österreichische Bänke und Gewersteck, der Pole von Europol, die hätten ihr ein Angebot gemacht, sagte sie mittags. Hat er schon fertig gepackt, den Nachbarn Bescheid gegeben, dass sie den Kater versorgen und dulde keinen Widerspruch. Vor einer Stunde, da zeigte seine Liebste auf einen kleinen roten Punkt in der Ferne, der einen dünnen Strich hochkletterte, wie ein Marienkäfer an einem Blattstiel. Hoch zur Bergstation will sie, die von Wolken umgeben war und die sich jetzt in der Sommerhitze auflösen. Efi rückte sich ihre Blüte hinterm Ohr zurecht. Gestern beim Zwischenstopp am Bahnhof Görlitz auf Gleis 15 gekauft, hätte beinahe den Einschuss verpasst, weil sie ewig lang in diesen Beauty Flower World Shop blieb. Hätte sich in Ur-Omis Garten eine Primal rausrupfen können für Lau. Dort schießt das Zeug wie von selbst aus dem Boden. Nein, sie musste in diesen schweineteuren Blumenladen shoppen. Weiber haben ihren eigenen Kopf. Kann man nichts machen. Sie rückte das halbverwälkte Kraut hinterm Ohr zurecht und meinte, nun geh schon zur Massage. Wenn dir beim Warten langweilig wird, kannst du mir ein Gedicht schreiben, Maxchen. Als ob das mit den Gedichten so einfach wäre. Endlich grün. Bei der Seilbahntalstation totales Gedränge. Einsatzwagen, Feuerwehr, Notärzte, Hubschrauber kreisen über dem Geschehen. Der Wahnsinnige dort oben in der Kabine schreit aus vollem Hals. Drischt auf Fahrgäste ein, die sich am Rand der eingeschlagenen Gondelfenster festklammern. Das blöde Volk hier unten hält Handys hoch und filmt. Die Leute schreien lustvoll, als eine Frau im blau-weiß karierten Dirndl herabstürzt. Evis Kittel, den sie von ihrer Ur-Omi geerbt hat, ist grün, oder? Max muss näher ran und drängelt sich durch. Ellenbogeneinsatz. Er reckt und streckt sich. Der Kerl dort oben in der Kabine sieht aus wie sein Einheitsführer. Damals in Kabul. Der nach der Fremd die Feiersache seinen Dienst quittiert hat. Tatsächlich. Das ist er. Breitet die Arme aus, lacht wie irre und springt in die Tiefe. Die Menge johlt. Der Knoten vom Badetuch löst sich. Völlig nackt steht Max im Mittelpunkt des Geschehens. Dann sammeln Polizei und feuern wir die Smartphones ein. Proteste ringsum vom Wegen Livestream und zigtausend Volle war. Jemand packt ihn von hinten. Reflexartig dreht sich um und geht in Kampfstellung. Schaut in Gänseblümchen Augen. Lieber Max, du siehst zwar wunderschön aus, so als Adonis, wie Gott dich schuf, aber darf ich dir meinen Bäckereiverkaufskittel überziehen, damit du dir keinen Sonnenbrand holst? Positiv. Positiv. Vielen Dank.